Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play der Gesell der Windträger HD MS Part haben wir die Ziviltempel begonnen und den Entdeck bekommen wie viel Part ist denn eigentlich das ist jetzt Part 20 das ist Part 20 ja das ist Part 20 Russ die vier Stunden Partsmaßen 20 Minuten 4 der Fernseh über ungefähr 6 5 schnell 6 Stunden 40 Minuten ja so um den dringend nur Tja Oh nein Cosmo kommst du ja noch nicht ran NACHO Ich würde auch nicht an einen Cosmo rankommen gestern im Stream da mein Decay facing du Cosmo, Decay setzt Objection ein so Cosmo seht der Ohren ein ja das heißt laut tschüss ich mein vierte zweiter hat der Phoenix weggeschwittert die Kerle ich fand das Spiel aber nicht so toll weißt du auch warum mhm Atem halt dreimal das ist so einfach zu erraten mhm er ist auf englisch richtig ich wusste gerade was was he did it ich habe doch alle diese Figuren oh die sieht geil aus oh ja und dann ja dann merkte man das verstehe auf englisch und dass man so viel versteht wie gar nicht na ich hab viel verstanden schon allein weil ich englisch mag ich mag auch englisch wenn ich das kann hehehehehehe das Problem ist wenn man in der Schule keinen Bock dazu hatte da kann man das nicht ja das stimmt das ist oder wenn man kein Lehrer der immer das gleiche gemacht hat dann kann man das nicht jetzt denke ich mal auch jetzt bräuchte ich gerne englisch für die hier Spiegel und so was weil wenn ich doch auch so einen echten Engländer drin hab dann ja du du ja dann macht es du 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 ich hab heute auch hier äh 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 so ein Team englisch geschehen die haben sich da kaputt gelacht so schlecht ja ich habe ich englisch geschrieben da ich hab auch noch dabei geschrieben dass ich aus deutschland kommen kaum englisch so richtig kam also ich hab dann auf deutsch geschrien in einem englischen stream ich komme aus deutschland kein kaum englisch wuuu what does the faggot say ja what does the faggot say direkt ein faggot sag die Sprache b da war das war auch gut aber er konnte ich ergeben la 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 wenn er musste erst mal runter knacks akkos nach dem Weg ich bin ja nicht ganz klar die vertreten ich klipp aber mit dem Laufen ha 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 der kann astronomisch so und diese Bäume er aktivieren jetzt den nächsten weißt du ich hab eine Theorie wie das geht die Wurzeln die Wurzeln bestätigen Schalter der da drunter ist sie bestätigen Redstone wie so eine Minecraft genau so ähnlich hier und so auf einmal läuft die Bäume Strom das kommt dann an so ein Physik-Experte der weiß und das geht sogar noch der sagt dann so ihr seid alle dumm oh Gott habt ihr keine Physikstudie ich fand Physik immer scheiße und die Titelstelle ähm nichts waaah und ich habe die Viecher die so einleitend machen immer also ich war gerade am Hof hin und die so nett ist ganz ruhig um um ja komm ne also ne ne da sterbe ich ja ich bräuchte Bob mit lass dich mal dreimal von ihm treffen schrieb doppelten Schaden das heißt nicht dreimal das heißt zweimal ein kurzer zu dir ab ich denke schon dann lass dich mal treffen das wäre mal lustig das wäre ja mal zum gucken wie das ist der wie das ist ja dass wir mal zu gucken wie es ist sie zu sterben der ne 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 denkt man nicht die Ziele aber ein Herz hat da um um ich ziehe noch keine 3 4 März noch hey die Einrichter nicht sofort ja und wenn sie immer schlecht gelaunt sind ja nur so aber es geht bei Eisritter du 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 дел du 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 es ist ein so will bestimmen nicht mehr das Kaufer habe ich immer noch nicht gespielt habe aber jetzt auch endgültig aufgegeben der Verwandte war noch mal 3 er hat mir abgefangen und so gerne er hat sich zieht sich gegen das muss ich wohl sagen also kann mit Windbeckern mitzunehmen in der Verwaltung bei Windbeckern auch Spaß gemacht hat was Kaufer nicht die sind die Story ich mache ein Glitch komm Cosmo, wirklich? was ich gerade sage, eigentlich mal kurz was wir gerade sagen, dann kannst du Cosmo was ich gerade sage, eigentlich mal kurz was wir gerade sagen, dann kannst du Cosmo ich hoffe hier war der Master Key hinter ich wollte schon gerade sagen den brauchst du auch nicht aber ne da war nicht der Master Key ich weiß ja den gar nicht ich weiß es gerade auch nicht da war der Master Key doch da war der Master Key ich werd so um mein Pausenbrot WTF bro ich werd so um mein Pausenbrot ahja du brauchst mal kurz gleich noch pass auf ne du hättest einen Raum da du musst noch so ein Knopf aktivieren weil ich glaube ich nicht, dass du da hinkommst da mit den ähm ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst Bist du schon gestorben? ich bin schon ge... uh haha ich bin noch nicht gestorben du kannst doch so Hustenenbrot das passt jetzt irgendwie, eine Faust aufs Auge ja, pisse das ist nicht mal los weil der Klatsch nimmt sich ja gegenseitig finde ich immer so lustig ne 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 du wurst nicht für die X2, da musst du verdammt schnell sein und du musst auch den Kopf den Helm abgehackt drauf ich weiß und damit haben wir direkt, ja ich denke mal so willst du da hinbekommen, aber bei drei stück wird das nicht mehr, wenn einer nur einen triss und zwei einschießt wie viel hast du noch? Null macht Zombie-Homber oh da kommt, sterbt noch langsamer dumm 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 warum hast du eigentlich keine Feen? ich hatte Omas Suppen die ist aber leer warum hast du nur eine Flasche? weil ich nur eine Flasche habe oh, willst du ja hart kommt? ne, ich hol mir noch neue Flaschen vor gerne ach gerne, das ist einfach na wo ich zu dir sagte 10 Herz nach ist kein Problem ich bin mit 20 verleckt ach, mit 20 mit 19 wo ich die 19 mal hatte das denn Dominik, du bist so oi 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 das wenn das doch nichts weiter zu sagen was bist du denn für einer? komm Cosmo I did it with 4 hearts I will do it with 3 hearts ja, mit 3 aber der hatte keine Fehler verdammt ha, guck mal, ich hab's mit 10 Herz gemacht und 80 Feen ja ne, 80 Feen genau wie viele Flaschen soll ich haben das ganze Menü voll ja, ich weiß, wie das geht ich weiß auch, 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 wie das geht hallo, Markus, tschüss, Markus den brauchst du gleich noch, ne? ich weiß, oh, ah danach kann sie in den Müll von der Stelle hier, Markus du da wollte überraschen sagen die so schlappern der wollte mich einfach so nur rapschen, sondern ah, ah ja, ist das geil, oh papp, 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 papp ganz genau, das wollte er tun wie, sag mal, ich will nicht wissen wenn er schon so eine Handfrau kommt wo der Rest ist oh mein Gott, nix auf oder wenn es nur die Handfrau ist wie möchte der facken oh, guck mal, die anderen zwei bleiben tot, das wusste ich nicht was? waaat jetzt auf einmal komm aus den 81 zack jetzt bist du kein Problem mehr jetzt bist du alleine, forever alone pass auf, aus den Wänden kommen gleich 80 auaah, der hat mir ein Herz mit einem Punch abgezogen, so und das war nicht der kann den Falkenpunch ich muss aufpassen, ne Falkenpunch ist nicht nur 2 ab, dann zieht der 80er mit dem Falkenpunch, ne? Instant Death da ist ja bei Smash Bros. 2 N64 verlehrt, der war so über der Schlag Falkenpunch sch die wird tot ja, wie gesagt, du sagst es ja auch wie in Smash Bros. na, also dafür würde ich mir aber auch nicht hier, ähm, das WGU Gamepad hier nehmen ne, das wär mit da da hast du da versorgt, dass du da versorgt für das N64 warum wollte ich gerade irgendwie so sein, dass das lustig wäre kannst du auch mein Classy verwenden, aber nee ja, ich hab auch noch mein Classy aber, lass lass mal Hallo Makoros ich wollte gerade sagen lass den noch da, aber ich sagte gerade noch du musst den fliegen Makoros, ne ähm, Wind, please äh ne das viel kann es nicht wagen nur guck mal das Eiswürfel da ist, da ist, ähm voll der war gebraten gebraten ähm das war Steak genau, Steak das war ein Steak dum 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 ja, Steak und Eiswürfel uah eines dazu scheint echt in den Tod gesprungen zu sein da? ja eines dazu fehlt da oben ja, die können da aber gar nicht runterspringen, oder? ich habe keine Ahnung jedes was fehlt sie ja, manchmal kommt da so, so Dinge wie frisch für k Choros ja, genau, das ist mir auch tausendmal passiert tausendmal ich hasste diesen Tempel nicht ich musste sagen, ich mochte da eigentlich jeden Tempel au könnt ihr aufhören, Makoros zu morden das getötet das genau was du jetzt was ich durchleben muss, musst du jetzt auch jetzt greift mich dieses Ding eh wieder an Nicht? Weil ich habe die Frame-Anbrüche bei mir. Jetzt geht es wieder. Zu viele Effekte. Ich hatte nur... Ich hatte... Ich hatte ein Bild weniger als Sorge. Ein Bild weniger. Ach. Ich habe keine Ehrenbülle. Obst auch gesagt, dass... Eh nicht so eh nicht so eh nicht. Boah, Markoros, halt dein Maul! Ich bin schwierig. Ich... Ne? Ach du Körperschledermann. Ach ja, Felsenturm. Aber... Ich habe sie gehasst. Steak. Ey, das Steak will nicht. Lass doch nicht durch. Ähm. Ähm. Ich bin tot. Ah, jetzt ist es ein Steak. Ein Eiswürfelsteak. Nein, Steak. Ich brauche mal ein paar Mana-Punkte. Mana-Punkte, bitte zu sagen. Wir sind ja nicht bei dem hier irgendwie. Oder bei anderen Spielen, die die da nicht drauf sind. Bei Final Fantasy wurde so... Irgendeine Final Fantasy wurde auch Mana-Mana genannt. Weiß wie das heißt? Magie-Punkte. Nein. Nein. Okay, eigentlich wohl. Aber... Eigentlich heißt es... Magie-Leiste. Und das einzelne, das sind... Magiestriche. Shit! Ja, du hast dann noch insgesamt ein paar Magiestriche. Nein, wir zählen sie nicht. Wir sagen einfach ein paar. Du hast noch zwei Stücke, also ein paar. Bam. Die Viecher waren scheiße. Die haben dich ver... 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 Verjigst. Ne, nicht verjigst. Dann ist der englische Begriff. Verflucht. Verflucht. Oder... Verhext. Oder... Scheiß Eisenschicker. Oder... Vergerätigt. Komm her, Köpfchen. Komm her! Nein! Dumm, dumm, dumm... Was hat Scheiße? Wenn auf der obersten Plattform ist und da fiel dich runter... Klatsch. Wuhi! Wuhi! Schatze. Kann ich mir vorstellen. Und du willst gerade eher einschaftlich. Ja, damals hier... Wir holen uns... Ne, wir holen uns keine Video. Wer hatte so zuerst, ich und danach... Ja... Ich hab hier... Zelda Edition. Na komm, gib noch mehr an! Hey, du hast die Ganon-Statur. Hä? Ich hab die... Ich hab die... 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 hat mich abgefuckt, wo ich dir dazu gesagt hatte, na? Und jetzt? Nö, das passiert mir nicht mehr. Und ich hab auch die Luigi in Münster. Ich hab was mehr als zu kommen mit Link Between Worlds und Bekanntele. Link Between Worlds. Ah ne, verdammt, mit Montan habe ich es noch nicht. Sieht nicht. Mit was? Link Between Worlds habe ich ja Montan noch nicht. Ha, genau so. Weißt du, was ich bekommen? Mario 3D wird. Steff mal, was du nicht bekommen, Mario 3D wird. Link Between Worlds, was schönes anderes, siehst das und jenes. Ooooooh, warum, 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 warum? Ja, da hast du mir ja sofort geschrieben, warum hab ich mein 3DS verkauft? Ja, da hab ich, mein Bruder auch so, ne? So, hast du dein 3DS echt verkauft, ja? Ja, und dann kam echt dieser Satz, den ich verfluche. Tja, da bin ich überstieg, nur nicht du, ja. Und wo ich dann danach den Teil noch geschrieben hatte, wa? Die ich da so, ne du kannst ihn ja von meiner Stiefmutter kennst du den Namen, ich bekomm den Weihnachten. Ja, wo mein Bruder noch hier? Wer kriegt den Reit aus seiner Stiefmutter? Ja, ne, der wollte von meiner Schwester auch noch sein. Ich war so, ne, erst bekomm ich den und dann auf einmal die Nachricht. Ich schreib dann auch so vorbei, weil ich genau wusste, ich würde den zuerst bekommen. Ich schreib dann auch so bei, ja, kannst du ihn ja von meiner Stiefmutter ausleihen. Der nächste Satz, ach, ich bekomm den Weihnachten ausgeliebt. Mal Koros. Und ich versuch, verdammt. Mir fehlt ein fucking Key. Ähm, du hast den Schlüssel vergessen. Entschuldigung. Dann hab ich jetzt auch noch nicht drauf geachtet, Entschuldigung. Ach, egal. Zieh mir den Tablet ein bisschen länger. Ich sag, ähm, ja, was heißt denn, ähm, ist, ist egal, wenn der, wenn der gleich die Aufnahme ausgeht, ne. Ja, ja, warum denn, du Arschler? Was soll die Scheiße? Ich hab, ich, ich hab da nie, was macht, da ist mir egal. Au! Man kann sich, aua, kann sich nicht auf dich verlassen. Au, 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 au. Autsch. Ich seh mein Tod schon wieder. Au! Was war das? Ach, du bist auf den Scheiter gesprungen, du wirst weggeklatscht. Ja, ich wurde weggeklatscht, wortwörtlich. Ich geb dir jetzt nen Tipp, du hast nur ein halbes Herz. Soll ich dir so ein schöner, ähm, ich geb dir jetzt ne Taktik. Du musst jetzt da wieder rein spielen. In den Flügel. 8 Jolo AUSCH! Ich stoppe meins schon nicht ernst! Das ist doch nicht ernst! Nicht ernst! Das war jetzt! Weißt du, das kommt doch noch so kein Rüger. Ach, Jolo! Pfff, der macht dich! Ich soll das nicht gucken, Alter! Ja, voll Jolo-mäßig. Jolo-Strets. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gekriegt. Ich auch nicht! Oh, ich bin voll wieder. Glaubst du gar nicht, hab wohl schon. Ich hab mir also nur gepennt. Ach, ich hab nur 8.56 gepennt, dann wurde ich schwach. Von selber. Ja, was heißt, ich bin auch erst 3 Uhr pennen gegangen. Ich wollte so, ah, heute gehe ich mal 10 Uhr, ich bin total nö, ne? Ich wollte noch ein bisschen Majors Maus über 3 Uhr. Hast du bis dann gestreamt oder was? Ne, ich hatte nachher Stream rausgemacht und danach, ja, ich hatte die ganze Zeit einen Trick verkackt. Ich wusste nicht warum, ne? Und dann hab ich rausgemacht, weil ich kein Bock mehr hatte, ne? Dann guck ich mir nochmal so ein Zelda-Stream an und dann hatte ich wieder Bock. Ja. Weil er aber auch die ganze Zeit den Trick anpackt hat. Wind, bitte. Wind! Wuuuhu! Dum 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 dum. Du 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 du. Von Скół Telefonniss von Matting失 spieler ich habe nur 1 und 4 gespielt 1 2 4 fand ich gut 1 2 nicht kacke oder da haben von 1 bis 3 waren ja absolute schleichspiele das war ich nicht so der fan von und hast du schon die ps4 gegönnt nein schon mit der ersten Kindemann 3 was sein der Ende des Spiels drauf gar keiner die Katze Kiel soll die Witter auch Kiel soll und habe ich schon gesehen natürlich das schon für seine Zeit und acht zu verachten Kielso die Kie Ach da, du hast den Schlüssel vergessen. Nein, das war wirklich. Jetzt musst du einfach stumpf wieder hoch sein. So Leute, ich würde sagen, den Rest des Temps machen wir aber im nächsten Part, weil 20 Minuten sind wieder um und so, nee. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.